Musik Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. Heute schauen wir nach Kuba, wo sich Mitte Februar Papst Franziskus und der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill getroffen und ein fast tausendjähriges Schweigen gebrochen haben. Ein zweites Thema werden Experimente an menschlichen Embryonen sein, denen eine britische Aufsichtsbehörde nun zugestimmt hat. Gast im Studio ist heute der Pressesprecher des Bistums Chur, Giuseppe Grazia. Herzlich willkommen, Herr Grazia. Guten Tag. Seit dem Jahr 1054, dem Jahr der großen Kirchenspaltung zwischen der römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxie, hat es das nicht gegeben, dass ein Papst das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche trifft. Diese Begegnung am 12. Februar 2016 war Papst Franziskus ein Herzensanliegen. Schon mehrfach hatte er gesagt, dass er jederzeit bereit sei, seinen so wörtlich lieben Bruder Kyrill an jedem Platz der Welt zu treffen. Nun kam es auf dem Flughafen von Havanna früher als erwartet zu einem zweistündigen Gespräch zwischen den Kirchenoberhäuptern. Danach unterzeichneten sie eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt, wir sind nicht Konkurrenten, sondern Geschwister. Stefan Ulrich von der Süddeutschen Zeitung schreibt das Zustandekommen dieses Jahrtausendereignisses dem Charisma von Papst Franziskus zu. Er kommentiert am 13. Februar Herr Grazia, wie gelingt es eigentlich Papst Franziskus so erfolgreich, Brücken zu bauen? Ja, das ist sicher sein Charisma, das ist seine hervorragende Kommunikation, diese Spontanität. Das fliesst ja dahin, wenn man ihn so beobachtet. Aber es ist sicher auch der Fall, dass er nicht nur einfach Brücken baut im politischen Sinn, also quasi weltliche Brücken versucht, taktische, politische, religiöse, interkonfessionelle und so, sondern Brücken zu Gott versucht zu bauen, was eigentlich ein Papst oder auch ein Bischof müsste. Und das ist sicher eine große Qualität dieses Papstes. Und in der gemeinsamen Erklärung, die Sie da geschrieben haben, sieht man ja auch, man versucht Weltthemen, gemeinsame Weltthemen zu formulieren. Man spricht von der Familie, die in Not ist, man spricht von der Christenverfolgung, der physischen und der metaphysischen, also der realen physischen Verfolgung im Nahen Osten, aber auch der ideologischen, medialen Verfolgung in Europa. Also man sieht, die spüren gemeinsame Herausforderungen und das ist dann auch eine Form von Ökumene, wenn man die gemeinsam angehen kann, diese Herausforderungen. Das Gespräch mit der russisch-orthodoxen Kirche ist nicht der erste Brückenschlag, den Papst Franziskus unternommen hat. Er ist auf die Evangelikalen zugegangen und hat das Gespräch mit den Lutheranern gesucht. Die jüngste Annäherung an die russisch-orthodoxe Kirche ist geglückt, weil Franziskus und Kyrill sehr behutsam vorgegangen sind. Bei ihrem Gespräch haben die zwei Kirchenführer die früheren Belastungen außen vor gelassen und theologische Meinungsverschiedenheiten ausgeblendet. Heraus kam eine gemeinsame Erklärung, in der beide Kirchen deutlich machen, dass sie zusammenarbeiten wollen. Gemeinsam wollen sie Christen weltweit und das Leben schützen, sowie die Moral der Familie stärken. Guido Horst sieht die Annäherung von Havanna als Motivation für den ökumenischen Dialog, auch zwischen anderen christlichen Konfessionen. Er schreibt am 16. Februar in der katholischen Tageszeitung die Tagespost, Die Botschaft ist die, wenn Katholiken und Orthodoxe über jahrhundertealte Gräben Brücken schlagen können, dann können das andere auch. Wenn Papst und Patriarch tausend Jahre Konkurrenz beenden, um großen Herausforderungen zu begegnen, ist das vorbildhaft. Glauben Sie, Herr Grazia, dass diese Begegnung von Papst Franziskus mit Patriarch Kyrill nun auch dazu anleitet, und zwar andere christliche Konfessionen miteinander wiederzureden? Es ist auf jeden Fall wünschenswert. Vor allem, dass man merkt, wir haben gemeinsame Herausforderungen in der Zeit, in der wir heute leben. In der Erklärung wird das alles sehr gut aufgelistet. Ich finde, das trifft ja eigentlich die meisten Probleme, die wir im Moment haben, trifft diese Erklärung ganz genau. Man sieht die Christenverfolgung im Nahen Osten, die ja sehr brutal geworden ist, die zunimmt, immer blutiger wird. Und dann die ideologische, unsichtbare oder medial ausgeführte Verfolgung der Christen hier in Europa, direkt im Zentrum der angeblich freien Welt, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann, was man denkt als Christ, ohne dass man sofort dann medial hingerichtet wird. Also dann die Familienfragen, die sehr wichtig sind, die ganze Gender-Mainstreaming-Ideologie. Man sieht, die sehen diese Probleme. Und ich glaube, es ist eine große Chance für alle Christinnen und Christen auf dieser Welt, wenn man zuerst einmal von dort her kommt und sagt, wir haben eigentlich gemeinsame Herausforderungen, packen wir sie an und vielleicht in einem zweiten Schritt dann fragt, wie können wir uns auch theologisch, ekklesiologisch, christiologisch und so weiter annähern, dass man das quasi einmal umdreht, diese Reihenfolge. Wir kommen zu einem anderen Meilenstein der Geschichtsschreibung, allerdings zu einem weniger erfreulichen. Anfang Februar bewilligte die britische Aufsichtsbehörde Human Fertilization and Embryology Authority einen Forschungsantrag des Londoner Francis Crick Instituts. Die Behörde erlaubte das sogenannte Genome Editing. Hier geht es darum, menschliche Embryonen genetisch zu verändern, um herauszufinden, welche Gene dafür verantwortlich sind, dass sich der Embryo zu einem gesunden Menschen entwickelt. Diese Versuche kommen natürlich nicht den Embryonen selbst zugute, denn am Ende der Versuche werden sie getötet. Johann Grolle vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel kann nicht verstehen, warum derartige Experimente in Deutschland verboten sind. Er fragt in der Ausgabe vom 6. Februar Kein Mensch wird bei den Experimenten Schaden nehmen. Warum genau muss man sie dann eigentlich verbieten? Herr Graf.